Hört dann nur, weil das meine Standardstimme ist. In Züttlichkeit bin ich sehr deprediert. Die Kreaturen in dieser Gegend sind gefährlich. Zum Beispiel dieser Fulgenmord namens Macabreaker hat alle getötet, die ich kannte. Wie auch immer. Der Fulgenmord namens Macabreaker. Der Fulgenmord namens Macabreaker. Der Fulgenmord namens Macabreaker. Achtung! Bleib dicht bei dem Roboter. Er hilft dir von diesem Fletcher herunter und nach Sanctuary zu kommen. Nur dort bist du in Sicherheit. Lass, wenn wir mal nicht zurückgehen, kommen wir nie aus Sanctuary. Schon wieder? Ja, Jack haben den Kaffee an, doch mal auf links, um die Kammer zu finden. Das heißt, deine Fokumentower sind in dieser Erdbeben. Er ist wieder da, oder deine Mom ist gerade auf dem Bett gestiegen. Du brauchst die Hilfe dieses lustigen kleinen Roboters, um Sanctuary zu erreichen. Die letzte Bastion des Widerstands gegen Jack. Und der einzige Ort, wo du sicher bist. Begib dich nach Sanctuary. Ja. Ah! So, und jetzt bin ich hier weg, bevor noch mehr Bulli-Monks kommen. Du bist immer noch da? Ja, du kriegst keine Bulli-Monks mehr. Ich warte nur auf dich, dass du mich wegbringst. Aber bitte, lass dir Zeit. Ich muss feststellen. Vielen Dank, Freund deiner Freunde. Hey, kiddo, Jackie, Präsident von Hyperion. Ich werde dir erklären, wie es hier läuft. Kammerjäger, haut auf. Kammerjäger, such nach neuer Kammer. Kammerjäger wird gekillt von mir. Siehst du das Problem? Du lebst noch. Könntest du mir also eine Gefallen tun und ich selbst erledigen? Das wäre nett, Herzchen. Und, öffne dich! Oh, mein Auge ist wieder an. Ich kriege einen Kahnbruch getan und einen unglaublichen Robotern. Das heißt, derjenige, der mein Auge hat, ist ganz nah. Oh, mein Auge ist wieder an. Oh! Si!